Hallo und herzlich Willkommen zu Clash of Clans. Es hat sich in den zwei Wochen jetzt ganz viel geändert zu. Ich habe jetzt mehr Mauern auf Level 6, dann habe ich das Goldlager auf Level 11 verbessert. Ich habe immer noch nur eine Drachenkaserne auf Level 9 und ein Elixierlager habe ich auch beide auf Level 11 und ich verbessere gerade mein Zweitlager auf Level 11. Wie ihr sehen könnt, bin ich jetzt gerade nicht wirklich dabei Truppen auszubilden. Ich bin eher gerade dabei Elixier und Gold zu sammeln, damit ich dann mal ein bisschen weiter komme mit Bauern. Da gibt es noch einiges was ich verbessern muss. Weil ich möchte gerne alles auf Maximum haben bevor ich auf Level 8 gehe. Das würde sowieso noch ein bisschen dauern. Zum Beispiel müsste ich noch die ganzen Bogenschutzfirme alle auf Level 7, ach auch Level 8 bringen. Ja. Ich kann ja im Moment, ich kann ja mal zeigen was ich alles genau habe, weil hier ist das ein bisschen übersichtlich. Ich habe das auch noch ein bisschen geordneter. Also ich habe alle Bomben habe ich auf Level 4. Die beiden Riesenbomben habe ich auf Level 2. Ich habe erst eine suchende Luftbühne auf Level 1. Dauert noch ein bisschen bis ich die verbessert habe. Und ich müsste beide, ja, beide Luftbomben habe ich auf Level 3. Dann habe ich zwei Magier-Türme. Der eine ist auf 3, der andere auf 2. Ähm, mein Labor ist auf 5. Ähm, meine Zauberfabrik auf 3. Dann habe ich hier, ich glaube 75. Ähm, Mauern auf Level, ne warte, 75 sind es nicht. Ich glaube 73. Bin mir ja auch nicht mehr ganz so sicher. Habe ich auf Level 5 noch. Dann habe ich hier noch ein paar auf Level 6. Ein bisschen mehr als 5. Und, Mauern habe ich, also 3 Mauern habe ich schon auf Level 7 immer. Um halt nur zu wissen, wie die es so aussieht. Indora habe ich jetzt seit heute Morgen auf Level 2. Dann habe ich hier halt noch 3 Kasern auf Level 8. Luftabwehr, beides auf Level 4 bekommen mittlerweile. Das ist jetzt auch wieder neu. Ähm, die Kanonen sind alle auf 8. Ne, ja. Die Armeelager sind auch alle auf 6. Ja, dann habe ich eigentlich alles geklappt. Ja. Dann habe ich also 3 auf Level 6 noch. Und da habe ich 3 auf Level 7. Ja. Da gucken wir doch mal eben ganz schnell, wo er ist. Ähm, da. Wo der außen der Bogen schiebt. Ach, die kann ich sogar verbessern. Ja. Ja. Und, bei meinen Pokalen geht es sehr stark auf und ab. Also, ich bin im Moment nicht dabei, Pokale zu jagen. Ganz ähnlich. Ich bin gerade die ganze Zeit nur am Farmen. Hm. Ja. Mehr gibt es eigentlich gerade nicht zu sagen. Deswegen sage ich euch hier erstmal an dieser Stelle erstmal tschüss. Und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Alles. Ja. Hel dos. Ja. Ja. önem.